Hallo und herzlich willkommen. Bevor es heute losgeht, haben wir noch ein interessantes Jobangebot für dich. Das St. Josefs Hospital Wiesbaden im Joho-Verbund erweitert sein Team und sucht eine engagierte Fachkraft im Bereich Qualitäts- und Risikomanagement, männlich-weiblich-divers. Die Vollzeitposition beinhaltet die Weiterentwicklung von Qualitätsmanagementsystemen, die Durchführung von Audits und die Zertifizierungsverfahren sowie die Optimierung von Prozessabläufen. Erforderlich sind dafür ein Studium im Gesundheitswesen oder in Betriebswirtschaft und Erfahrung im Qualitäts- und Risikomanagement. Das Krankenhaus bietet einen unbefristeten Arbeitsplatz, vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und ein dynamisches Arbeitsumfeld. Und wenn du bereit bist, Teil dieses modernen Krankenhausverbunds zu werden, dann findest du alle weiteren Informationen zu diesem Jobangebot in unseren Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Aufnahme. Mit mir zusammen geschaltet ist der Alexander. Hallo Alex. Hi Eva. Schön, dass wir mal wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Und ja, wir sitzen im Osnabrücker Land und Ostwestfalen. Unser Gast sitzt nämlich auch in Ostwestfalen und zwar in Bielefeld. Und wir sprechen heute über die Vier-Tage-Woche und zu Gast ist Hendrik van Gellekom. Hallo Hendrik. Ja, hallo nach Osnabrück und hallo nach Herford. Vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier die Vier-Tage-Woche einmal vorzustellen. Ja, bevor wir starten, Hendrik, magst du dich vielleicht mal einmal kurz vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie du eigentlich zu dem Thema gekommen bist? Ja, klar, total gern. Ich bin seit 2019, Herbst 2019 Pflegedienstleiter im Klinikum Bielefeld und ja, habe vorher in den von Bodelschwingchen Stiftungen gelernt, auch Krankenpflege und Management im Sozial- und Gesundheitswesen, Projektmanagement, solche Dinge, Diakonenausbildung gemacht. Und habe 2019 dann die Chance ergriffen, hier nochmal etwas völlig anderes zu machen und bin ins Krankenhaus gewechselt mit dem Gedanken, ja, das zu lernen und dann nochmal voll einsteigen zu können. Und dann hat uns ja alle die Pandemie überrascht und ich konnte mich gar nicht so richtig einarbeiten. Wir waren erstmal alle im Krisenmodus und haben da funktioniert, haben da auch in dieser Krise mit den Teams tolle Arbeit gemacht. Und dann Anfang 2023, als wir so raus sind aus diesem Krisenmodus, konnten wir wieder ein bisschen drüber nachdenken, was können wir eigentlich Kreatives tun und machen. Und da ist dann in einer Geschäftsleitungssitzung ist die Frage gestellt worden, ja, wie kriegen wir denn wieder Menschen motiviert, in diesen tollen Beruf zu gehen? Wie kriegen wir den Beruf wieder attraktiver? Auch kriegen wir Kolleginnen und Kollegen vielleicht motiviert, sich hier zu bewerben und hier zu arbeiten? Und da habe ich dann ganz flapsig gesagt, ja, machen wir doch vier Tage Woche, also so richtig schön ostwestfälische Schnauze. Und unser Geschäftsführer, Herr Ackermann, hat dann gesagt, ja, Fangela, komm, dann los, dann mach doch. Und daraus ist das dann entstanden, also gar nicht so ein Projekt mit Meilensteilen und Zielen oder Risikomatrix, sondern einfach mal raus und machen. Und dann bin ich hingegangen, habe mit der Personalabteilung zusammen rumgerechnet, wie kann denn sowas überhaupt funktionieren? Wir sind ein Haus im TVÖD, das ist unser Tarifvertrag und es ist von Anfang an Maßgabe eigentlich gewesen, wir bleiben im Tarif. Wir schrauben da nicht dran rum, wir bleiben bei diesen 38,5-Stunden-Woche und versuchen, das da irgendwo unterzubringen und mit allen Benefits, die dahinter hängen. Und das ist dann gelungen, indem wir gesagt haben, okay, wir machen neun-Stunden-Dienste, vier mal neun sind 36, wer so ein bisschen rechnen kann. Das heißt nicht ganz 38,5, aber da in die Details kommen wir sicherlich noch in dieser Folge. Und haben das dann den Teams vorgestellt und zwei Teams haben sich dann entschieden, ja, wir wollen das machen. Wir wollen auch die Ersten in Deutschland sein, im Krankenhauslandschaft, die so eine vier Tage Woche machen. Und dann ist das Ganze ins Rollen gekommen und wir haben eine Pilotphase gemacht, mit sechs Monaten erstmal angesetzt und schon Anfang Dezember letzten Jahres entschieden, da brauchen wir gar nicht mehr raus, das machen wir weiter. Wir kommen ganz sicher noch auf die positiven Punkte und wir kommen ganz sicherlich auch auf die negativen Punkte. Und es ist nicht alles rosa-rot, es ist nicht alles die Fee, die über den Flur fliegt und alles schön macht. Es gibt auch echt Punkte, wo man sagt, ja, haben wir gelernt, haben wir hart gelernt. Da bin ich auch gerne bereit, irgendwie das Wissen zu teilen, dass wir da nicht andere, dass andere Häuser nicht irgendwie den gleichen Fehler machen. Am Ende geht es darum, das Gesundheitswesen besser zu machen. Wir werden alle irgendwann mal Patientinnen oder Patienten im Krankenhaus und ich möchte viel lieber von Leuten versorgt werden, die gestern frei hatten oder vielleicht nur zwei, drei Tage am Stück arbeiten und nicht jetzt den achten, neunten, zehnten Dienst haben und schon gar nicht mehr können. Das ist so insgesamt vielleicht auch die Motivation. Neben dem, was natürlich hier am Standort Mitte, Rosenhöhe und Halle sein soll, dass wir einfach attraktiv werden für potenzielle Kolleginnen und Kollegen. Als du damit angefangen bist, war die Idee direkt die vier Tage Woche als die vier davor oder einfach erstmal eine Veränderung des Arbeitszeitmodells? Oder woher kam überhaupt diese vier Tage Woche? Also hattet ihr irgendwie Vergleiche, Vorbilder aus anderen Branchen, aus dem Ausland oder wie kam das dazu? Genau, ist ja in aller Munde jetzt immer mehr und mehr auch ein großes Projekt in Deutschland. Jetzt eine Studie mit verschiedenen Unternehmen, aber auch im letzten Jahr schon die vier Tage Woche irgendwie so als magisches Ding. Damit wird alles besser, damit steigt die Produktivität, damit geht die Krankheitsrate zurück, die Leute sind motivierter, schaffen mehr. Das ist ja eigentlich so das magische Ding in der Arbeitswelt im Moment, die vier Tage Woche. Und das eben so umzusetzen, zu sagen, ja, das soll vorne stehen. Es sollen nicht neun Stundendienste vorne stehen oder es sollen nicht veränderte Strukturen auf Stationen vorne stehen, sondern es soll jetzt erstmal auch als Marketinginstrument die vier Tage Woche vorne stehen. Es ist eine Veränderung im Arbeitszeitmodell, aber auch ein Strukturmodell auf Stationen. Es ist für jeden persönlich eine totale Veränderung, der so arbeitet oder die Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten. Aber es ist auch, und das ist ja auch an vielen Stellen schon deutlich geworden beim WDR oder RTL, überall irgendwie kurze Berichte im Fernsehen, jetzt Podcast auf Messen, dass das einfach zieht vier Tage Woche. Und dass das auch eine Aufmerksamkeit macht und das war auch Ziel, klar. Was meinst du, können vielleicht Gründe sein, auch dass das jetzt gerade zieht, so aktuell? Genau, für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen ist es erstmal eine Verdopplung der freien Tage. Also ich habe im alten Arbeitszeitmodell elf Tage Dienst, drei Tage frei, elf Tage Dienst, drei Tage frei. Teilweise seit 30, 40 Jahren. Und jetzt mit diesem Arbeitszeitmodell, mit dem neuen Arbeitszeitmodell gehen wir hin und sagen, in 14 Tagen verdoppeln wir die freien Tage. Es sind in 14 Tagen acht Tage Dienst und sechs Tage frei. Und eben nicht auch im Block, also ich habe nicht immer vier Tage Dienst, drei Tage frei, vier Tage Dienst, drei Tage frei, sondern ich habe mal einen Tag Dienst, zwei Tage frei. Dann habe ich vielleicht drei oder vier Tage Dienst, einen Tag frei. Jedes zweite Wochenende bleibt auch ein Arbeitswochenende, ein Dienstwochenende, solche Dinge. Und das ist für die Einzelnen erstmal das Entscheidende, das Arbeitszeitmodell, weil sich da das gesamte soziale Umfeld ja auch verändert, die gesamte soziale Struktur verändert. Ich bin plötzlich mittwochs zu Hause. Kolleginnen und Kollegen mit einer 100%-Stelle Pflegekräfte, die waren mittwochs zu Hause, wenn sie Urlaub hatten, sonst nicht. Freitag, Samstag, Sonntag oder Samstag, Sonntag, Montag. Sonst eben nicht, ganz klassisch, abzüglich irgendwie bei der freien Tage im Nachtdienst. Das kann ja auch sein. Oder mal einen Tag zwischendrin frei, weil ich Überstunden gemacht habe. Ja, aber im ganz klassischen, durchgeplanten Modell habe ich entweder den Freitag vor dem freien Wochenende frei oder den Montag nach dem freien Wochenende frei und dann der Rest ist Arbeit. Und neben dem haben wir sehr schnell gemerkt, und das hatte ich auch schon gemutmaßt, als ich damit angefangen habe, diese Dienste zu verlängern von siebeneinhalb auf neun Stunden, dass die Arbeit mehr Zeit bekommt. Also der Frühdienst ist jetzt von sechs bis 15.30 Uhr. Das waren vorher siebeneinhalb Stunden, jetzt sind es neun Stunden. Ohne, dass es mehr Patienten werden. Also ich habe ja nicht in einer Viertagewochenstation eine 36-Betten-Station, die wird, wenn ich vier Tage woche da arbeite, eine 40-Betten-Station. Sondern es bleiben diese 36 Patienten, die ich im Frühdienst zu versorgen habe. Und es bleiben auch die drei oder vier Kolleginnen und Kollegen im Frühdienst, die diese Menschen versorgen. Es werden nicht weniger Kolleginnen und Kollegen, es werden eher mehr, weil sich Leute bewerben. Und dadurch bekommt die Arbeit mehr Zeit. Die Produktivitätssteigerung ist dann dadurch, dass die Dokumentation besser wird. Die ist dann gegeben, weil die Ausbildung besser wird. Das sind die Dinge, wo wir besser werden. Die Patientenversorgung wird besser, die Dokumentation steigt, die Patientensicherheit wird auch erhöht. Kommen wir gleich nochmal zu. Und das ist sehr entscheidend auch für die Motivation von dem Krankenhaus. Ja, wir machen das. Wir wollen auch dahin, weil eben die Versorgung besser wird. Magst du vielleicht so ein bisschen was zu dem Rahmensprojekt sagen? Wie seid ihr so vorgegangen? Wann wird das Kind irgendwie laufen gelernt? Genau, also ich habe dann, ich sage immer ganz gerne einen Quellcode. Das ist eigentlich eine riesen Excel-Tabelle mit 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die alle 93,5 Prozent arbeiten, also 36 Stunden. Da habe ich mal einen Dienstplan durchgeschrieben, um zu schauen, kann das überhaupt funktionieren? Und da habe ich zeigen können, ja, es funktioniert. Und es funktioniert auch mit den Benefits, die unser Tarif auslöst. Also wenn ich auf Mitarbeiter zugehe und sage, hey, ihr könnt vier Tage Woche arbeiten, aber dadurch gehen euch die Sonderurlaubstage für Nachtdienst verloren oder dadurch gehen euch die Wechselschichtzulagen verloren, weil ihr nur noch Frühdienst macht einen ganzen Monat oder andere Dinge, dann ist das nicht mehr attraktiv. Das heißt, alles, was der Tarif auslöst, musste auch abgebildet werden. Erhöhte Wechselschichtzulage, Nachtdienstzulage. Und das habe ich mit einer Excel-Tabelle gezeigt. Und dann sind wir auf eine Station zugegangen und haben gesagt, wollt ihr nicht unsere Pilotstation sein? Und dann war das erst der Plan, eine große innere Station. Und die haben sich dann aber aufgeteilt. Während wir diese Idee hatten, ist ein Teil fachlich auf eine andere Ebene gegangen, hat da weitergearbeitet. Ein anderer Teil des Teams ist auf der Ebene geblieben und hat da weitergearbeitet. Da hat sich ein Team geteilt. Völlig normaler Prozess, wenn man merkt, okay, es macht Sinn, andere Patienten da zu versorgen, die Patienten da zu versorgen. Das war so nicht absehbar zu Beginn der Idee. Und dann haben wir andere Stationen angesprochen, die Stationsleitung angesprochen, haben Vergleichsdienstpläne geschrieben. Also ich habe einen Dienstplan geschrieben, vier Tage Woche, angelehnt an den Dienstplan, den die Stationsleitung vorher schon geschrieben hatte, wo dann eben diese elf Tage Dienst, drei Tage frei war. Und habe das auf Stationen gezeigt. Und habe gesagt, guck mal Leute, so könnte euer Dienstplan aussehen oder so. Also das alte Modell, neue Modell. Und dann haben sich zwei Stationen rauskristallisiert. Einmal am Standort Rosenhöhe eine geriatrische Station und am Standort Mitte eine unfallchirurgische Station. Und wir haben dann, irgendwann war im WDR-Thementag, vier Tage Woche, im Anfang Mai. Und dann haben wir gesagt, jetzt habe ich auf dem Weg zur Arbeit, am Fahrrad habe ich Radio gehört und habe das gehört. Oh, vier Tage Woche, Thementag, WDR 2. Und dann sind wir mit unserer Unternehmenskommunikation ins Rollen gekommen und haben gesagt, okay, und heute gehen wir auch mit der Idee raus. Weil heute Thementag WDR 2 ist, wir rufen die an und sagen, wir starten mit der vier Tage Woche im Krankenhaus. Und das ist dann auch dadurch ins Rollen gekommen. Und die beiden Stationen, die wir dann hatten, haben gesagt, ja, können wir uns vorstellen, 1.7. Dann haben wir noch ein bisschen weiter geplant. und die Unfallchirurgie in der Mitte hat dann gesagt, ja, vielleicht doch ein bisschen früh, können wir einen Monat später. Ja, können wir in Ruhe machen, ist kein Problem. Und dann kam die Frage, ja, aber wieso? Wir haben doch überall kommuniziert, wir starten am 1.7. Ja, die geriatrische Station hat zugesagt, sie starten am 1.7., die wollen. Und dann hat der Stationsleiter gesagt, oh, Moment. Hat aufgelegt, eine Viertelstunde später angerufen, wir wollen auch, wir wollen auch am 1.7. starten, wir wollen auch die Ersten sein in Deutschland. Das kriegt dann so eine Dynamik. Man merkt dann, das Planen macht schon Bock. Und wenn man dann noch sieht, dass es für viele ein gutes Arbeitszeitmodell ist, kriegt es nochmal so einen Schub. Das ist eine total spannende Zeit gewesen. Und dann haben wir eben diese beiden Stationen gleichzeitig zum 1.7. umgestellt. Und die sind jetzt quasi die Multiplikatoren für die anderen Stationen. Also die Kolleginnen und Kollegen treffen sich im Aufzug. Und so wie früher, wollen wir morgen nicht zusammen zum Dienst fahren, du hast doch auch Frühdienst. Und dann sagt der eine von der vier Tage, ich habe irgendwie morgen frei, weil ich vier Tage Woche arbeite. Und dann kommen die anderen Kolleginnen und Kollegen auch ins Grübeln. Ist das vielleicht für die auch was? Und dann, so kommen jetzt weitere Stationen hinzu. Jetzt habe ich mich gerade gefragt, wird das nicht irgendwie zu Unmut auch unter der Belegschaft? Weißt du, also dass die einen eher in der vier Tage Woche arbeiten möchten. Und also wie geht ihr damit um? Oder ist das vielleicht kein Problem? Also es ist sehr spannend, weil es gibt ja auch Vorbehalte dagegen. Ich arbeite seit 30 Jahren in einem alten Arbeitszeitmodell. Jetzt komme ich nicht mit dem neuen Arbeitszeitmodell. Brauche ich nicht. Will ich nichts von hören. Gibt es auch. Oder Kolleginnen und Kollegen, die sagen, die Dienste passen mir überhaupt nicht. Ja, bis 22.30 Uhr Spätdienst, das ist so spät. Oder der Frühdienst neun Stunden bis 15.30 Uhr ist so lang. Und dann bin ich in der Raschauer. Das will ich nicht. Und das dauert eine ganze Zeit, bis die Kolleginnen und Kollegen, für die es passt, merken, dass es gut ist. Klar kann man sich das vielleicht schön ausmalen und sagen, hey, ich habe doppelt so viele freie Tage. Aber man muss erst mal diese Dienste erleben. Und es macht keinen Sinn, einen Dienst auszuprobieren neun Stunden. Das haben wir sowieso zwischendurch mal. Dann ist noch Teamgespräch und ich hatte Frühdienst. Dann bin ich vielleicht sowieso erst um 15.30 Uhr fertig mit Arbeiten. Oder es ist irgendwie ein Notfall auf Station. Dann muss ich abends noch länger bleiben, um die Nachtwache zu unterstützen. Dann bin ich auch neun Stunden auf Station. Also sowas haben wir sowieso immer mal wieder. Aber eine komplette Umstellung, das braucht Zeit. Einmal braucht es Zeit, um die ganzen Strukturen auf Stationen zu verändern und zu merken, wir sind total lange noch da. Wo wir sonst siebeneinhalb Stunden Frühdienst hatten und ganz viele Tätigkeiten da reingepresst haben in diesen Frühdienst, damit wir fertig sind. Wenn der Spätdienst kommt, haben wir jetzt, wenn der Spätdienst da ist, noch gemeinsam Zeit. Haben noch Zeit für eine gemeinsame Übergabe, vielleicht Ausbildung machen in der Zeit. Und das muss erst mal ankommen. Was nicht funktioniert, ist hinzugehen und sagen, ihr macht jetzt vier Tage Woche, ihr macht jetzt neun Stunden Dienste. Das klappt nicht. Warum auch? Also wir haben ja mitbestimmte Dienstpläne vom Betriebsrat. Jetzt sind diese neun Stunden Dienste auch mitbestimmt. Das heißt, alle Stationen, Leitungen, wenn sie einen Dienstplan schrauben, könnten dieses Kürzel nutzen. Und so entwickelt sich das jetzt. Einfach umzustellen und zu sagen, es ist jetzt so, es funktioniert nicht. Es muss erlebbar sein, es muss ausprobierbar sein. So war ja auch der Start. Also die beiden Stationen hatten noch beide Dienstpläne parallel. Wenn wir gemerkt hätten nach einer Woche, das kollabiert hier völlig. Patientenversorgung ist nicht mehr gegeben. Funktioniert alles nicht. Ich hätte mir sofort auf den alten Dienstplan umsteigen können, der ja auch mitbestimmt und freigegeben war. Und ja, man braucht auch einen Betriebsrat, der da mitgeht und sagt, das ist eine tolle Idee, probieren wir mal aus. Und auch das war gegeben. Also viele Akteure waren erst mal positiv gestimmt. Und das jetzt so weiterzutragen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, weiß ich nicht, machen wir überhaupt noch vier Tage Woche im Klinikum Bielefeld? Die haben das gar nicht so richtig mitgekriegt, was da passiert. Oder Leute von externen, die sich bewerben. Ich will unbedingt in die vier Tage Woche. Ja, das ist total vielschichtig, vielseitig. Es sind ja auch viele Leute, die hier arbeiten. Und da kommen unterschiedliche Informationen unterschiedlich an. Das muss erst mal durchtragen. Das funktioniert nicht. Man kann nicht einfach einen Schalter umlegen und sagen, ist jetzt so. Ja, das heißt, wenn ihr das implementiert auf einer Station, dann ist auch, sind andere, das andere Schichtmodell wird dann irgendwann ausgeschaltet sozusagen. Also man kann jetzt nicht sagen, auf einer Station sind die unterschiedlichen Arbeitszeitmodelle verfügbar sozusagen. Oder ist es dann immer eine komplette Umstände? Ach so. Naja, voll hybrid. Also bei den Pilotstationen haben wir versucht, dass möglichst viele, für die es möglich ist, es gibt Kolleginnen und Kollegen, für die es einfach nicht möglich, die haben ihre Dienstzeiten von 8 bis 13 Uhr, weil es irgendwie zu Hause die Versorgung gewährleistet sein muss, Kinder müssen versorgt werden, ein Pferd oder wie auch immer. Aber es ist ja egal, aus welchem Grund. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ich kann von 8 bis 13 Uhr arbeiten und ich will das auf dieser Station tun. Und ob ihr jetzt hier vier Tagewoche macht oder nicht, neun Stunden, ist mir egal, ich kann nur so. Natürlich haben wir das beibehalten bei den Kollegen. Es gibt Kolleginnen und Kollegen mit dem Grad der Behinderung, die dürfen bis 20 Uhr arbeiten. Da kann ich nicht sagen, wir machen jetzt Dienste bis 22.30 Uhr. Das geht nicht. Die dürfen aber natürlich trotzdem in den Teams bleiben. Also wir haben nicht Teams auseinandergenommen oder nur vier Tagewoche Kollegen gemacht. Wir haben bei dem Pilot darauf hingewirkt, dass möglichst viele das ausprobieren. Und nach dem Piloten sind auch Kolleginnen und Kollegen wieder zurück in das alte Schichtmodell gegangen, weil sie gesagt haben, neun Stunden. Es war eine interessante Erfahrung, halbes Jahr habe ich das gemacht. Dankeschön, ich will zurück ins alte Modell. Passt für mein Leben besser. Und es hat ganz sicher noch nichts zu tun mit Alter oder Neue-Kollegin oder Frischexaminierte oder kurz vor der Rente total durchmischt. Es muss in den Lebensentwurf oder in dieses Lebensmodell, in die Echtzeit der Menschen passen, die da so arbeiten. Und wenn dann eben möglichst viele im Piloten umgestellt haben, war das super, hat ja auch so funktioniert. Was wir auch zugelassen haben, ist, wenn jemand sich von extern beworben hat, hat er gesagt, hey, mach dir vier Tagewoche, ich möchte nach Bielefeld kommen. Hatten wir eine Kollegin aus Oberhausen, hat angerufen und hat gesagt, ich habe ein Pferd, ich möchte gerne ins ländliche Ostwestfalen. Da habe ich ihr erst mal gesagt, Moment mal, wir sind eine Stadt hier in Bielefeld. Ja, total irgendwie viele Pferde und so, gute Möglichkeiten. Ich komme mit meinem Pferd nach Bielefeld und dann kann ich in der Viertagewoche arbeiten. Ich möchte aber nicht auf der Geriatrie oder nicht auf der Unfallchirurgie arbeiten. Ich möchte auf einer anderen Station arbeiten. Dann habe ich gesagt, okay, wenn jemand von extern kommt, dann darf der oder die auf die andere Station gehen, wo sie möchte und kann da vier Tagewochen machen. Und alle anderen leider eben noch nicht im Piloten. Und so ist es jetzt auch. Die Stationen, die jetzt umstellen, da sagen wir, es wäre toll, wenn möglichst viele umstellen, damit dieser Effekt der langen Überlappungszeit gegeben ist. Wenn jetzt ein, zwei sagen, ja, ich würde gerne in der Viertagewoche arbeiten, das ist nicht optimal. Weil der Eindruck entsteht, Evangelikom arbeitet in der Viertagewoche, ist mittwochs nicht da oder nächste Woche Donnerstag nicht da, wo er sonst da wäre. Und die anderen müssen für ihn mitarbeiten. Und der Effekt der langen Überlappung ist nicht gegeben. Das heißt, dieser ganze Benefit, der stellt sich erst ein, wenn ein Großteil der Kolleginnen und Kollegen so arbeitet. Und da versuchen wir jetzt auch darauf hinzuwirken bei den Stationen, die jetzt umstellen wollen. Gerade letzte Woche, Stationen in der Rosenhöhe, hat mich die Stationsleitung angesprochen, Henrik, wir wollen vier Tagewoche umstellen. Ich sage, ja, das ist gut. Ich komme ins Team und erkläre euch das nochmal. Ja, super, komme ich ins Team. Ja, hier sind drei, vier Kolleginnen, die möchten das gern. Ja, das ist knapp. Ja, das ist nicht so ein Riesenteam. Dann auch nur drei, vier, die das wollen. Ich sage, es wäre schöner, wenn ihr das gemeinsam ausprobieren wollt, wenn ihr euch motiviert bekommt, dass möglichst noch mehr Leute das machen. Und auch Kollegen vielleicht mit einer halben Stelle trotzdem sagen, sie machen neun-Stunden-Dienste. Die brauchen nur zweimal die Woche kommen. Oder Kollegen mit 75 Prozent sagen, ich stocke auf auf 93,5, weil ich habe ja trotzdem den Tag mehr frei. Ja, also ich gehe raus aus der Teilzeit in die Vollzeit. 93,5 ist ja laut Arbeitsrecht schon Vollzeit. Und habe trotzdem den Tag mehr frei, habe aber viel mehr Geld, habe kein prekäres Arbeitsverhältnis mehr. Aber wenn ich zur Arbeit fahre, ist eigentlich egal, ob siebeneinhalb oder neun. Und so hat sich in dem Teamgespräch eine Dynamik entwickelt, dass viele andere Kollegen gesagt haben, ja, also dann ich auch. Also ja, ich auch. Und so versucht jetzt die Stationsleitung weiterzumachen, um möglichst viele in dieses kleine Projekt einer Station ausprobieren, reinzumachen. Auch die Frage, wie lange sollen wir denn ausprobieren? Eine Woche, zwei Wochen? Ich sage, ne, macht mindestens drei Monate. Versuch mal sechs Monate zu schreiben. Ich bin fest davon überzeugt, 80 Prozent derer, die da jetzt in dieses Ausprobieren gehen, gehen nicht mehr zurück. Ein, zwei werden wieder zurückgehen. Ja, klar, kein Problem. Aber der Großteil wird da drin bleiben. Braucht man denn eigentlich mehr Köpfe? Weil das war ja so ein bisschen die Diskussion, die, das erinnert ihr mir so ein bisschen an die Diskussion bei der Deutschen Bahn, sage ich mal. Und da schwingt ja so das Argument mit, dann braucht es mehr Leute. Ist das so? Ja, also dadurch, dass die Arbeit mehr Zeit bekommt, habe ich auch mehr Präsenz auf der Station. Und dadurch brauche ich mehr Personal. Zehn Prozent. Weil ich bin zehn Prozent länger mit Arbeitskraft auf Station. Das klingt jetzt sehr technisch, möge man mir nachsehen. Das sind alles Menschen, die da arbeiten, tolle Teams, motivierte Kolleginnen und Kollegen. Aber ich bleibe jetzt mal rechnerisch und technisch. Also ich bin nicht mehr mit kurzen Übergabezeiten auf Station, sondern ich bin mit langen Übergabezeiten. Morgens eine Stunde vom Nachtdienst in den Frühdienst, zweieinhalb Stunden Frühdienst in den Spätdienst, eine Stunde Spätdienst auf Nachtdienst. Das ist viel länger als im alten Arbeitszeitmodell. Und dadurch brauche ich rechnerisch zehn Prozent mehr Personal. Was passiert ist, neben den Kolleginnen und Kollegen, die von extern kommen, ja, dadurch kann ich Personal aufstocken. Aber ich kann auch viel Personal aufstocken durch den Effekt, den ich eben schon beschrieben habe. Ja, wenn jemand 18,5 Prozent mehr Arbeitsleistung zur Verfügung stellt, weil er von 75 auf 93,5 aufstockt, dann ist das ein unheimlicher Zuwachs. Die Kolleginnen bleiben ja an den Tagen im Dienst und die Kollegen bleiben ja da, wo sie vorher auch im Dienst waren, machen jetzt nur neun Stunden. Das ist total super. Ja, ich brauche aber nicht, wie der Kollege im WDR versucht hat, mich aufs Glatteis zu führen, ja, sie brauchen 20 Prozent mehr Personal. Ich sage, nee, brauche ich nicht. Ja, die Leute sind ja länger da am Tag und bleiben in ihren Diensten, weil er hatte das so gerechnet von fünf Tage auf vier Tage, dann fehlen mir ja 20 Prozent. Das ist es nicht. Und der Unterschied zur Bahn ist noch, wir haben ja immer Arbeit. Also wir können immer Arbeitsleistung abrufen, immer anfordern. Es sind immer Patientinnen und Patienten da, die wir versorgen müssen. Das heißt, wenn jemand kommt und sagt, ich kann drei Stunden im Monat arbeiten, ich bin Krankenschwester, Krankenpfleger, Pflegefachkraft, ich habe drei Stunden Zeit im Monat, die möchte ich im Klinikum Bielefeld arbeiten, dann stelle ich den ein. Und wenn jemand sagt, ich kann 160 Stunden im Monat arbeiten, stelle ich den auch ein und dazwischen auch alles, weil das möglich ist, weil immer Arbeit da ist. Nicht wie im Einzelhandel, nachts um drei brauche ich keine Beratung für eine Jeans machen, da kommen keine Kunden. Aber die Patienten sind da, die kann ich versorgen, da kann ich Arbeitsleistung erbringen und dadurch habe ich eine ganz andere Möglichkeit der Verteilung. Wenn nachts um drei kein ICE von Hannover nach Bielefeld fährt, dann brauche ich da keinen Lokführer. Und das ist nochmal der Unterschied, ja. Gibt das Modell für alle Berufsgruppen oder habt ihr das nur für so PTUG-relevante Berufsgruppen? Also es ist für jetzt, weil es auch aus der Pflegedirektion kommt, für die Kolleginnen und Kollegen in den Pflegeteams. Ärztinnen und Ärzte haben mich auch schon angesprochen, können wir auch vier Tage Woche arbeiten? Ich sage, klar, aber ich bin nicht euer Chef, macht doch, also das müsst ihr doch untereinander klären. Oder die Kolleginnen und Kollegen im Hausservice oder in der Technik, in der Verwaltung können wir vier Tage Woche arbeiten. Ich sage, ja, kann man sicherlich alles darstellen, kann man sicherlich alles rechnen, aber das mache ich jetzt nicht. Also ich selber würde auch gerne, ich habe es auch vorbereitet mit dem Team der Pflegedirektion, liegt jetzt, ich sage mal, also ist in der Vorbereitung, müssen wir noch ein paar Mal drüber reden. Weil auch da ist es ja nicht möglich zu sagen, vier Tage Dienst, drei Tage frei, vier Tage Dienst, drei Tage frei. Auch da muss es so eine Rotation geben. Und das funktioniert auch, das wird auch irgendwann kommen. Wenn man sich so die Einhaltung der Pflegepersonalvorgaben anguckt, seht ihr da schon eine Verbesserung, vielleicht auch durch die vier Tage Woche? Also was rechnerisch möglich ist, ist, dass der Nachtdienst gestärkt wird, weil, und wenn es nur eine halbe Stunde ist, also 22 bis 6 Uhr ist ja Nachtschicht, eine halbe Stunde mehr Personal im Nachtdienst. Das ist schon mal super. Ja, wenn jemand, das ist jetzt auch wieder sehr viel Rechnerei, wenn jemand acht Stunden im Dienst ist und dann eine Pause drin hat, von 45 Minuten vielleicht sogar, dann fehlt der rechnerisch 45 Minuten auf Station. Wenn da zwei Kolleginnen und Kollegen im Spätdienst drin sind, dann bringen die schon eine Stunde wieder mit in den Nachtdienst. Das ist echt, das ist total kompliziert und auch kaum nachvollziehbar Rechenmodell. Trotzdem macht der ja eine Pause, also zu einer völlig anderen Zeit. Der macht ja nicht Pause um 22 Uhr für zweimal eine halbe Stunde bis 22.30 Uhr. Das funktioniert ja so nicht. Aber es sind eben Rechenmodelle. Und die Präsenz auf Stationen, die hat sich dadurch auch erhöht. Ja, es sind mehr Stunden auch im Tagdienst da. Also die Pflegepersonaluntergrenzen sind auf den meisten Stationen mit vier Tage Woche deutlich eher erreicht und besser zu erreichen. Auch weil da Kolleginnen und Kollegen aufstocken, auch weil da Kolleginnen und Kollegen hingehen, die sich von außerhalb bewerben. Das funktioniert besser. Genau, es ist nicht mehr so ein großes Problem. Es ist immer noch ein Problem. Ja, es ist immer noch nicht optimal. Es werden immer noch Kolleginnen und Kollegen krank. Man muss immer noch einspringen, vielleicht mal hier und da Dienstplangaranties, nicht 100 Prozent. Aber es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Outcome, vielleicht nochmal gerade zu der Frage Outcome. Die Dokumentation wird besser. Und die ist ja an verschiedenen Stellen auch abrechnungsrelevant. Also wenn ich jetzt eine Einheit habe, die Komplexpauschalen irgendwie abrechnen kann und durch den hektischen Frühdienst vielleicht das eine oder andere nicht dokumentiere, was ich gemacht habe, jetzt aber in den Neun-Stunden-Dienst während der Übergabe oder nach der Übergabe nochmal in Ruhe dokumentieren kann, mir fällt ein, ich habe ja doch bei Vangelicom das und das gemacht, das kann ich dann noch dokumentieren, was ich vorher vielleicht vergessen hätte zu dokumentieren. Dann wird es ein komplexer Fall. Und dann ist das abrechnungsrelevant und dann kann ich die Tätigkeiten, die ich mache, also die gute fachliche Pflege, die ich mache, wenn ich die auch noch gut dokumentieren kann, dann kommt eine Produktivitätssteigerung. Und der Outcome Ausbildung. Also ganz deutlich viel bessere Ausbildung ist möglich in den zweieinhalb Stunden. Wie gesagt, es werden ja nicht mehr Patienten oder ich werde ja nicht schneller. Ich kann ja den Patienten nicht zweimal waschen, weil ich morgen frei habe, sondern ich mache morgens eine Körperpflege und es bleibt genau so. Ich brauche genauso viel Zeit wie vorher. Ich mache das nicht schneller. Aber wenn ich eine Tätigkeit habe, zum Beispiel Anlage eines Dauerkatheters, das ist planbar, nicht notfallmäßig, sondern es ist in Ruhe planbar. Dann kann ich sagen, hey, Schülerinnen, Schüler, wir planen das in der Mittagszeit. Da ist der Spätdienst auch schon da. Dann bereiten wir das vor. Dann führen wir das durch, bereiten das nach, haben eine super Ausbildungssituation. Und nicht im hektischen Frühdienst, sondern in diesen zweieinhalb Stunden Überlappungszeit. Sehr schönes Beispiel. Also was für andere Prozesse im Stationsablauf verändern sich? Vielleicht kannst du gar noch mal so aus euren Erfahrungen berichten. Genau, also was ich super spannend finde, ist zum Beispiel Übergabe am Bett auf Normalstation. Was wir sicherlich alle aus dem Krankenhaus kennen, ist irgendwo eine Tür. Da ist ein Zettel dran, bitte nicht stören. Übergabe 13 bis 13,30. Ich sehe es schmunzeln schon in euren Gesichtern. Das ist tatsächlich so, ja, dann habe ich den Gedanken als Patient, was passiert da gerade? Wo sind die, wenn ich jetzt stürze, was passiert dann? Also das macht Unruhe auch auf Station. Und wenn ich aber hingehe zum Patienten und sage, hey, guten Tag, ich bin ja von Gelle gekommen, ich habe sie heute Morgen versorgt, dann sind sie operiert worden. Dieses Kollege in Müller, die hat heute Spätdienst, die guckt gleich noch mal auf den Verband. Und dann haben wir gerade mit dem Arzt gesprochen, wenn das gut aussieht, können sie morgen nach Hause. Das ist so eine völlig andere Situation, völlig anderes Feeling auf Station. Kleinigkeiten, die sich dann ergeben in dem Moment, wo die Teams erleben, ah, wir können auch wieder kreativ werden, können gestalterisch werden in unserem Dienst. Das ist nicht mehr so gepresst, nicht mehr so, ja, nicht mehr so hoppla hopp alles ineinander, sondern das Ganze kriegt erst mal wieder Atemluft. Jetzt könnte man ja als Arbeitgeber sagen, dieses Arbeitszeitmodell ist für mich jetzt erst mal teurer, weil ich muss mehr Personal einstellen und da sind mehr Leute gleichzeitig länger am Arbeiten. Ist es dann teurer oder gleicht sich das aus? Nein, also Krankenhausfinanzierung, das ist ja total kompliziert. Ja, mehr Personal ist notwendig, plausibler Personal, also plausibler Personaleinsatz ist refinanziert. So, das heißt, wenn wir dem Kostenträger, den Krankenkassen und auch dem Wirtschaftsprüfer sagen, pass mal auf, wir brauchen hier auf dieser Station, PPUG bräuchten wir drei, wir setzen aber fünf Kolleginnen und Kollegen ein im Frühdienst, dann ist das immer noch plausibel. Die müssen wir erst mal finden auf dem Markt. Also das Problem ist ja, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach nicht da sind. Ja, dass wir erst mal ausbilden müssen, dass wir attraktive Arbeitszeitmodelle machen müssen und dann kommen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Menschen, die motiviert sind für diesen tollen Job, dann kommen die auch. Und dann können wir auch fünf Kolleginnen und Kollegen im Frühdienst einsetzen und auch vielleicht vier oder fünf im Spätdienst. Das ist plausibel. Da würde ich dem Wirtschaftsprüfer, würde ich das erklären und würde sagen, wieso? Da sind 36 Patienten, die sind hochaufwendig. Fünf Kolleginnen und Kollegen, das ist völlig in Ordnung. Also Fachkräfte im Gesundheitswesen, Pflegefachkräfte. Bei zehn auf Normalstationen würde ich sagen, das muss ja auch irgendein Krankenkassenversicherter, der muss das ja auch bezahlen. Also wir zahlen ja mit unseren Krankenkassenbeiträgen über ein paar Umwege das Personal im Krankenhaus. Und irgendwann wird es nicht mehr plausibel. Irgendwann sind zu wenig Patienten für zu viel Personal da. Da sind wir aber lange nicht. Ja, also bis mir jemand vorrechnet, hier ist jetzt wirklich viel zu viel Personal für die paar Patienten. Da müssen wir mal schauen. Also ich habe noch keine Angst davor, dass irgendwann ein Wirtschaftsprüfer sagt, nee, jetzt habt ihr zu viel Personal eingesetzt. Das müsst ihr jetzt wieder streichen. Das ist nicht refinanziert. Also das ist refinanziert. Und solange es plausibel ist, das finde ich noch lange nicht erreicht. Die Grenze ist das Gedecke oder ist es bezahlt. Wir rechnen das ab, sagen hier, wir haben so und so viel Personal eingesetzt. Und solange es plausibel ist, wird das bezahlt. Okay. Das ist auch gut für die Patientinnen und Patienten. Ich muss nicht mit der Personaluntergrenze planen. Ich kann, das ist die absolute Mindestbesetzung. Wenn ich da drunter gehe, muss ich Strafzahlungen machen, die nicht refinanziert sind, die im Krankenhaus richtig Geld kosten. Das ist das Gefährliche oder das ist das Schwierige eigentlich. Wenn ich Strafzahlungen vermeiden kann, gute Planung habe, Kolleginnen und Kollegen, wenn die krank werden, kann ich ersetzen vielleicht durch andere aus dem Springerpool, habe immer noch eine gute Besetzung, stabile Versorgung, sichere Versorgung, dann ist das refinanziert und plausibel. Haben die Auszubildenden dann auch dieses Arbeitszeitmodell oder arbeiten die klassisch in den 5,5 Tage Wochen? Genau. Das ist im Moment noch so. Heute Morgen haben wir auch das Thema gehabt mit einer anderen Klinik. Die haben das auch gefragt. Der Betriebsrat war dabei. Da habe ich auch gesagt, wir brauchen die Jugendauszubildendenvertretung. Etablieren wir gerade, dass wir da auch ins Gespräch gehen können, dass unsere Auszubildenden auch dann eben in diesem Modell arbeiten. Wir haben eigene Auszubildende. Da wäre das einfacher möglich. Aber wir haben auch viele Auszubildende von extern, die woanders angestellt sind. Da können wir nicht einfach so umstellen. Da gibt es Kooperationsverträge, wo wir sagen, okay, die müssen so und so viele Tage, so und so viel Zeit. Der Schultag ist genauso lang wie ein Arbeitstag und wird so berechnet. Da können wir jetzt nicht einfach neun Stunden draus machen. Oder das Risiko, wenn jemand dann ein paar Tage krank ist und es sehr knapp ist mit seinen Pflichtstunden. Also die Auszubildenden müssen ja Pflichtstunden an verschiedenen Stellen machen. Und wenn jetzt jemand ein paar Tage krank ist, wo er jetzt eingesetzt wäre mit neun Stunden, dann ist er schneller vielleicht in dem Risiko, dass er etwas nicht erreicht. Und da müssen wir noch sehr genau hinschauen. Möglich ist das auch für Auszubildende. Ja, weil dann habe ich auch den tollen Effekt, dass die den ganzen Diensten mit den Kolleginnen und Kollegen waren. Im Moment gehen die Auszubildenden etwas eher nach Hause, kommen auch früher im Spätdienst. Und da kann ich dann eben diese Ausbildungssituation gut machen. Aber diese Umstellung, die muss nochmal sehr genau geplant werden. Aktuell noch nicht. Aber die Auszubildenden, die wir jetzt haben, die freuen sich schon darauf, wenn sie Examen haben und dann eben nicht mehr so lange Turns haben, sondern dann wollen die auch in die Viertagewoche. Ja, jetzt haben wir sehr, sehr viele Vorteile gehört. Gibt es auch Nachteile und welche? Genau, also ich starte bei dem Einzelnen, bei der einzelnen Kollegin. Das ändert ja tatsächlich den Tagesrhythmus, den Wochenrhythmus total. Wenn ich sonst um 21 Uhr abends das Haus verlassen habe, nach Hause gefahren bin und jetzt im neuen Arbeitszeitmodell 22.30 Uhr, das ist gefühlt schon echt Nacht. Also für den einen oder anderen passt das super und er sagt, ich bin eh ein später Typ. Vor 23 Uhr gehe ich sowieso nicht nach Hause. Dann ist das okay, aber es gibt eben Kolleginnen und Kollegen, die sagen, nee, passt mir nicht. Und da haben wir auch darauf reagiert. Also der Spätdienst ist auch möglich, etwas vorzuziehen, dass wir sagen, okay, wir machen den Spätdienst nicht von 13 bis 22.30 Uhr, wir machen den Spätdienst von 12 bis 21.30 Uhr. Dann haben wir noch mehr Überlappungszeit. Dann können wir noch mehr Tätigkeiten in diese Überlappungszeit, vielleicht Medikamente stellen, vielleicht Pflegeausarbeitung, solche Dinge können wir dann da platzieren. Noch viel mehr als vorher. Aber trotzdem brauchen wir auch diese späten Spätdienste und da gibt es Kolleginnen und Kollegen, für die das auch passt. Es ist eben auch 15.30 Uhr, Frühdienstende. Wir sind ja hier Bildungsstadt ohne Ende mit Uni und Berufsschulen und die anderen, die Gesamtschulen, haben auch alle bis 15.30 Uhr Schule. Das ist die erste Raschauer am Nachmittag. Wenn ich da reingerate, brauche ich vielleicht eine Viertelstunde mehr. Das kann ein Nachteil sein für den einen oder anderen. Sie sagen ja, ich habe jetzt längere Fahrzeit, ich schaffe das mit Einkaufen nicht mehr. Wobei man da auch gucken muss, was hat was zu tun mit der Viertagewoche oder dem Neunstunden Dienst und was eben nicht. Aber es gibt eben tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen, die sagen, es ist zu lang. Neun Stunden Arbeit, halbe Stunde Pause, neuneinhalb Stunden Anwesenheit. Die siebeneinhalb mit halbe Stunde Pause, acht Stunden ist gut, anderthalb Stunden länger. Boah, das passt nicht. Da kriege ich, weiß ich nicht, der Hund muss raus. Also wirklich alles. Der Hund kann nicht so lange alleine, die Kinder können nicht so lange alleine. Das passt einfach noch nicht. Passt im Moment nicht oder passt irgendwann nicht mehr. Das sind Dinge, die so für den Einzelnen, für die Einzelne sehr genau geschaut werden müssen. Ist das wirklich, wo ich, was funktioniert für mich persönlich, wo ich Bock drauf habe. Auf Station, in der Versorgung habe ich bis jetzt noch nichts gehört, wo ich sagen würde, müssen wir zurück oder kann nicht funktionieren. Also ich meine, man kennt es ja auch aus seiner Tätigkeit in der Pflege, dass manche normal langen Schichten einen vorkamen wie neun Stunden. Also wenn man dann natürlich eine, sagen wir es mal so, beschissene Schicht hat, die dann auch noch neun Stunden dauert, dann hat man wahrscheinlich auch spätestens ab 13 Uhr den Kaffee auf und denkt dann, Mist, sonst wäre ich jetzt schon zu Hause normalerweise, ne? Genau, also das ist super spannend, dass du das fragst, weil auch das haben wir, ja, wir haben die Rückmeldung bekommen, neun Stunden, das halte ich hier nicht aus. Ich schaffe es gerade so siebeneinhalb Stunden, ja? Und da haben wir sehr genau hingeschaut. Ist das etwas, was mit der vierten Tagewoche zu tun hat? Oder ist das etwas, was die Kolleginnen und Kollegen vielleicht so in sich reingefressen haben, wo sie sagen, ja komm, siebeneinhalb Stunden, es ist auch Arbeit, ist egal, ich ziehe das hier durch. Und das wollen wir auch nicht. Also wenn die Rückmeldung kommt, ja, da stimmt was in der Kommunikation nicht und das poppt jetzt auf durch das neue Arbeitszeitmodell, dann haben wir uns das angeschaut, weil ich will als Pflegedienstleitung und wir in der Pflegedirektion wollen, dass das gute Dienste sind, egal welche. Und wenn es drei Stunden sind, es muss ein guter Dienst sein, darf anstrengend sein, darf stressig sein. Ja, Arbeit kann auch auslaugen oder kann auch mal stressig sein, ich kann auch mal kaputt sein, wenn ich nach Hause fahre. Alles gut, aber es darf nicht jedes Mal Volllimit und jedes Mal eigentlich über oder übers Limit sogar hinaus sein. Und wenn wir das als Rückmeldung bekommen haben, ist es auch ein großartiger Nebeneffekt, dass wir sagen, ja, okay, hier stimmt was nicht, irgendwas müssen wir anpacken. Wir müssen da in der Kommunikation irgendwas drehen, weil auch der normale Dienst soll ein guter Dienst sein und nicht eben ja gerade so aushalten und auf gar keinen Fall neun Stunden. Und wenn wir das hören, da sind wir sehr hellhörig und gucken, ja, guck mal, da haben wir was aufgedeckt, was wir jetzt über dieses Arbeitszeitmodell gehoben haben, dieses Dilemma und da müssen wir auch dran. Das heißt, da ploppen dann andere Probleme sozusagen, werden vielleicht deutlich. Genau, die werden dann deutlich, aber haben vielleicht gar nichts zu tun mit der Viertagewoche. Und das muss man sehr genau trennen. Lassen wir jetzt die Viertagewoche scheitern, weil wir da merken, oder gibt es Probleme? Oder kriegen wir das gelöst und dann auch für die anderen Dienste gelöst? Aber ihr lasst keine gezielte Evaluation dieses Viertagemodells laufen oder habt ihr das schon mit angedacht? Also wir haben so QR-Codes auf Stationen, wo die Kolleginnen und Kollegen kurz mal ein, zwei Minuten, wenn überhaupt, also so ein Formslink ist das. Wie war mein Dienst? Was möchte ich noch sagen? Also vielmehr nicht, also Sternchen irgendwie, eins bis fünf Sternchen. Wie war mein Dienst? Hat Spaß gemacht oder nicht? Und gibt es irgendwie was, was ich da noch händisch hinzufügen möchte? Und das schauen wir uns an und das ist jetzt nicht wissenschaftlich, das ist nicht randomisiert, nichts. Aber genauso ist das Projekt ja auch gestartet. Ja, wir haben schon auch ganz viele Anfragen, Bachelor, Masterabsolventen, die sagen, kann ich mal eine Befragung durchführen bei den Kolleginnen und Kollegen, die so arbeiten? Darf ich das in meine Masterthesis mit einarbeiten? Das kommt jetzt so langsam. Und da sind wir nicht selber dabei und machen das, sondern da wählen wir aus, wer bereitet das ordentlich vor? Wer stellt einen ordentlichen Antrag? Wo klingt das sehr solide? Wo stimmen auch die Zahlen? Wer hat sich vielleicht noch ein anderes Haus genommen, die das nicht machen? Wer hat sich vielleicht noch ein anderes Haus gesucht, die das auch machen mittlerweile? Und schauen dann, lassen uns dann die Arbeiten schicken und schauen dann da mal rein. Man muss ja nicht alles selber erfinden. Nee, genau. Gerade die Frage so nach, ja, sind denn die Krankentage gesunken in der Viertagewoche? Jetzt habe ich immer wieder rechnerisch, ganz die nackten Zahlen. Wenn jemand im alten Arbeitszeitmodell fünfeinhalb Tage krankgeschrieben war, eine Woche, fehlt er fünfeinhalb Tage. Wenn jemand im neuen Arbeitszeitmodell eine Woche krankgeschrieben ist, fehlt er oder sie nur vier Tage. Ja, das ist nur ein Rechenbeispiel, aber auch das ist ja ein Effekt, dass ich weniger Tage ersetzen muss, wenn jemand eine Woche oder zwei Wochen krankgeschrieben ist. Ich muss sie trotzdem ersetzen, hilft ja nichts. Wir haben das versucht, Oktober, November 23 zu vergleichen mit Oktober, November 22. In 22 hatten wir mit Corona schon nichts mehr zu tun eigentlich so. Also es war jetzt nicht mehr Corona-Wellen-mäßig, aber in 23 hatten wir ja hier in Bielefeld oder wo auch immer, also hier gerade eine respiratorische Krankheitswelle, da waren Teams über 40 Prozent erkrankt. Wenn wir jetzt gesagt hätten, okay, das ist hart mit der Viertagewoche verknüpft, hätten wir sofort abbrechen müssen. Aber war ja nicht. Alle anderen Teams waren ja auch erkrankt. Das heißt, da haben wir das dann abgebrochen und haben gesagt, das können wir nicht vergleichen. Das macht keinen Sinn. Und so muss man immer drauf gucken, hat das was mit der Viertagewoche zu tun? Kann ich das vergleichen? Ja oder nein? Oder reicht mir die ehrliche Rückmeldung von den Kolleginnen und Kollegen auf Stationen? Hey, wie läuft's? Super. Morgen wieder frei. Ja, bis übermorgen. Und das ist toll. Ja, ja. Ich kenne das so, dass häufig Fortbildungen noch nach dem Frühdienst stattgefunden haben. Was hat da das für Auswirkungen dann auf solche Geschichten? Müssen die dann jetzt extra kommen oder? Ganz viele unterschiedliche Aspekte. Also ich kann, in dem alten Arbeitszeitmodell haben wir häufig den Effekt Teamgespräch, einmal im Monat. Alle, die frei haben, müssen anreisen für eine Stunde oder anderthalb Stunden. Und die, die Frühdienst hatten, müssen bleiben. Und die, die Spätdienst haben, sind irgendwie auf Stationen und kriegen nichts mit. So, Klassiker. Ja, im neuen Arbeitszeitmodell, Teamgespräche können häufiger stattfinden, vielleicht alle zwei Wochen. Kürzer. Und keiner muss extra anreisen. Das heißt, ich habe den Effekt, ich muss jetzt hier auch noch kommen zum Teamgespräch. Nee, habe ich nicht. Ich habe ja entweder einen langen Spätdienst. Da ist das Teamgespräch noch mit drin, die eine Stunde. Oder ich bin schon zum Spätdienst gekommen. Da bin ich sowieso da zum Teamgespräch. Kann da teilnehmen. Durch die Häufigkeit der Teamgespräche, die paar, die es nicht mitbekommen haben, können das Protokoll lesen. Also das ist richtig gut. Das funktioniert. Und wir können genau, was du sagst, so kleine Fortbildungen, kleine Pflichtfortbildungen da anbieten. Mal eine Betäubungsmittelschulung da anbieten in dem Zeitraum. Ohne, dass dadurch immer wieder Überstunden entstehen. Weil doch genau das war doch der Punkt im alten Arbeitszeitmodell. Ich habe eigentlich bis 13.30 Uhr Frühdienst gehabt. Und jetzt kommt das Teamgespräch. Und jetzt kommt irgendwie die Betäubungsmittelschulung. Ja, super wichtig. Aber kriege ich gar nicht mehr rein, weil mein Frühdienst war schon so kompakt, dass ich das nicht hinbekomme. Und jetzt weiß ich, okay, der ist sowieso bis 15.30 Uhr. Also zieht sich das Ganze, kriegt alles mehr Raum. Die Stunden, die über sind, wenn jemand sagt, ich habe eine 100-Prozent-Stelle, will die auch haben. Dann hat er ja noch ein paar Stunden über. Ja, die 36 ist die Vier-Tage-Woche. Zweieinhalb Stunden in unserem Tarif sind noch über. Sind so 1,2 Dienste im Monat. Das ist vielleicht jemand, der Praxisanleiter ist, der sowieso dreimal Refresher-Tage hat. In drei Monaten einen Refresher-Tag hat. Vielleicht jemand, der sagt, ich fahre mal auf eine Tagung, fasse das Ganze zusammen, stelle das im Teamgespräch vor. Vielleicht sogar Homeoffice möglich. Also hier, Team-Pflege-Kongress war jetzt das erste Mal, wo ich gesehen habe, hey, Homeoffice in der Pflege. Denke ich schon lange drüber nach. Warum kann ich nicht auf einer komplexen Station sagen, okay, du hast eine 100-Prozent-Stelle, kennst drei Patienten. Mach mal die Pflegeplanung zu Hause. Brauchst nicht für Anreisen. Warum musst du dich umziehen für eine Pflegeplanung? Ist nicht nötig. Können wir in Ruhe auch remote oder zu Hause im Homeoffice mal. Mal gucken, wo sich das hin entwickelt. Alles möglich. Ja. Jetzt hast du vorhin schon angekündigt, dass du vielleicht noch ein paar Tipps für andere Häuser hast, die etwas Ähnliches einführen wollen oder sich auf den Weg machen möchten. Was sind so Dinge, die du raten würdest, was du vielleicht anders machen würdest beim nächsten Mal oder was sind so die Learnings? Ja, also ganz deutlich trennen und erkennen, was hat mit der Viertagewoche, mit dem Arbeitszeitmodell zu tun und was nicht. Ja, also tatsächlich die Frage, was soll ich mittwochs zu Hause, da bin ich nicht schuld dran. Das hat nichts mit dem Arbeitszeitmodell zu tun und zu gucken, wie laut sind auch die Kolleginnen und Kollegen, die es toll finden und wie laut sind die Kolleginnen und Kollegen, die es nicht so toll finden und wo kommen welche Stimmungen her. Ja, ich habe den Fehler gemacht, einem Team den Dienstplan gezeigt und gesagt, also guck mal Leute, das ist euer alter Dienstplan, das ist euer neuer Dienstplan, vier Tage wochen Dienstplan. Schaut euch das in Ruhe an. Ich komme in 14 Tagen wieder in euer Teamgespräch. Und wenn ihr zwischendurch Fragen habt, ruft mich an oder mailt mir, dann klären wir das. 14 Tage nichts gehört, ich komme wieder in das Team, zwei Kolleginnen, die sagen, das ist doch Mist und Dienstplan ganz anders und so wollen wir das nicht. Und drei, vier Kollegen unten im Sessel so, ja, wir hätten doch irgendwie Bock, aber wenn die das nicht wollen, dann nicht. Also zu schauen, wie kriegt man die Leute gut informiert. Es ist, da sind so ein paar Sachen drin, so ein paar Stolperfallen, die einfach was mit, ja, Verstehen oder Informationen zu tun haben auch. Ja, es sind weniger Urlaubstage in der Viertagewoche. Es bleiben sechs Wochen. Ich habe in einem alten Arbeitszeitmodell 32 Tage Urlaub, 5,25. Ich habe im neuen Arbeitszeitmodell 24 Tage Urlaub, vier Tagewoche. Es bleiben sechs Wochen. Ja, wenn ich das ganz isoliert betrachte und dann vielleicht jemand mir sagt, ja, guck mal, sind ja viel weniger Urlaubstage. Dann entsteht eine Stimmung, die kann man kaum noch steuern. Das ist total spannend, was da passiert. Ich würde total gerne eine Station neu eröffnen mit 20 Leuten, alle 93,5. Irgendwie einen ganzen Kurs aus einer Pflegeschule, die sagen, hey, wir haben jetzt drei Jahre lang zusammen gelernt. Wir haben da Bock drauf, wir ziehen das durch. Das hält sowieso nur in zwei, drei Monate. Dann geht der Erste in Elternzeit oder die Erste wird schwanger oder Pflegezeit, was weiß ich, oder zieht weg oder hat eine Freundin. Keine Ahnung, das Team bleibt ja nicht ewig zusammen, das wissen wir ja. Wir können einen Rahmendienstplan schreiben, der hat eine Halbwertszeit von einer Woche oder so. Dann hat sich alles wieder geändert. Dann geht einer in eine Zeitarbeit oder was weiß ich, das verändert sich sowieso. Aber so mal zu starten, ganz in Ruhe zu sagen, hey, 20 Leute, alle 93,5. Und wir smoothen die Station mal so richtig schön in die vier Tage Woche. Das wäre doch mega, aber das funktioniert in der Realität nicht. Aber das ist das, wenn ich mit anderen Häusern spreche. Wenn ihr die Chance habt, das zu tun, dann macht das. Was ich häufig höre in so Gesprächen, wir haben 9,25-Stunden-Dienste. Das ist echt kritisch, weil das sind eben dann 45 Minuten Pause statt der halben Stunde Pause. Das sind dann zehn Stunden Anwesenheit. Das ist immer noch denkbar, das ist immer noch nicht verboten oder so. In den Posts stand dann irgendwann, ja, neun Stunden Dienst ist irgendwie auch Körperverletzung. Ich sage, nee, ist nicht. Und dann haben wir eine Rückmeldung aus Österreich gekriegt, da schrieb eine Kollegin drunter, hey, was wollt ihr, wir machen zwölf Stunden Dienst. Ja, Feuerwehr, Polizei, die haben das auch. In Höxter, die Kollegen in der Geriatrie machen das auch. Das kann man ja auch machen. Das ist ja immer noch nicht, muss man in Ruhe drüber nachdenken, ob das sinnvoll ist. Ist vielleicht nicht für jedes Fach gut. Also für eine Geriatrie kann ich mir das super vorstellen, dass das total sinnvoll ist. Vielleicht auch für eine Intensivstation, wenn man genug verrückte Leute hat. Aber für so eine Unfallchirurgie, die wirklich nur zack, 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 zack. Das kann ich mir schon vorstellen, dass zwölf Stunden dann irgendwann auch dulle. Also das muss ja auch passen. Und da genau hinzuschauen, was kann gelingen, wie sind die Stimmungen, einmal im Unternehmen die Stimmung. Ich kann damit keine Station retten. Ich kann nicht hingehen und sagen, okay, wir haben hier jetzt zu wenig Personal, die Kommunikation ist nicht gut, wir machen jetzt mal vier Tage Woche, dann wird alles besser. Nee, es muss schon ein Team haben, was Bock hat, zusammenzuarbeiten. Es muss ein Team sein, wo viele Kolleginnen und Kollegen sagen, habe ich verstanden, ich nehme die anderen mit, die jetzt noch so ein bisschen zweifeln. Ich erkläre denen das nochmal, dann gehen wir voran, machen das gemeinsam. Dann funktioniert das. Aber eben nicht, wenn ich irgendwie Stellen plane, ist fünf VK unter, viele hohe Krankenstände und irgendwie ist die Kommunikation nicht gut, dann kann ich, bräuchte ich damit nicht anfangen. Das funktioniert nicht. Dann lieber in der Struktur bleiben, erst mal stabilisieren und dann schauen, wie es weitergeht. Was versprecht ihr euch so für die Zukunft? Genau, also es ist tatsächlich so, mehrere Stationen kommen jetzt hinzu. Intensivstation Rosenhöhe läuft schon in der Peripherie. Jetzt gerade aktuell zwei Stationen, die den Dienstplan, habe ich gerade gesehen, schon geplant haben für Juni, für Juno eben in der Viertagewoche. Dann sehe ich die Kürzel da schon mal. Ich sage, guck mal, hat die Stationsleitung schon was vorbereitet? Super. Also das wird jetzt immer mehr. Und ich gehe jetzt nicht mehr durchs Haus und sage, hey, ihr müsst vier Tagewochen machen, das ist total super, sondern das läuft intern. Die Kolleginnen und Kollegen stiften sich selber an, was ich eben schon sagte, ich habe morgen frei, hey, ich habe vier Tagewoche. Und das ist toll. Ja, dass die Kolleginnen und Kollegen auch merken, es funktioniert, passt nicht für alle, aber es funktioniert. und dann eben intern auch sich gegenseitig bewerben oder Werbung für dieses Modell machen und dann auf uns zukommen und sagen, können wir die Kürzel mal haben? Das passiert häufiger, das Stationsleitung kommt, kann ich mal so einen neun-Stunden-Kürzel haben? Ich will das mal ausprobieren. Ja, sicher, probiere aus. Funktioniert. Und dann stellen die einzelnen Stationen um. Ich weiß nicht, wo es hingeht. Sicherlich werde ich nicht für alle Berufsgruppen jetzt die Vier-Tage-Woche erfinden. Wir sind in unserem Tarif ja so, dass Ende des Jahres müssen wieder neue Verhandlungen kommen im TVED. Auch da weiß ich nicht, wo es hingeht. Vielleicht sagt irgendeine Gewerkschaft, ja, wir schreiben mal 36 Stunden auf die Fahnen und wollen das statt mehr Gehalt 36 Stunden Vollzeit. Ob das irgendwelche Träger mitgehen können oder ob das Kostenträger mitgehen können. Das weiß ich so nicht. Da fehlen mir Details oder auch die ganzen internen Verhandlungsgeschichten. Aber das wäre auch eine Idee zu sagen, okay, wir machen Vollzeit, 36 Stunden. Es gibt Tarife, heute wie gesagt mit Thüringen gesprochen, die haben 40 Stunden. Die Landschaft ist ja auch unterschiedlich. Dann habe ich gesagt, ja, mach doch 80 Prozent Arbeitstage, also vier Tage Woche, aber 90 Prozent Gehalt, weil 80 Prozent Arbeitstage sind genau dann die vier Tage mal 19, 36 sind genau die 90 Prozent. Also das wäre ja möglich. Das ist ein super Slogan. Tag weniger arbeiten, aber 90 Prozent Gehalt. Damit würden die Leute cachen. Das ist aber auch ein Rechenmodell. Wer dahinter schaut, sieht genau das Gleiche wie in Bielefeld. Ja, das Ganze begleiten und zu schauen, wo können wir noch besser werden, wo können wir auf Stationen lernen, das ist super spannend. Und da habe ich Lust drauf und ich merke auch, dass viele Kolleginnen und Kollegen da auch Spaß dran haben und mitgestalten wollen. Jetzt, aufgrund deiner Vorerfahrung, kannst du vielleicht eine Einschätzung dazu geben, inwieweit das übertragbar ist auf andere Settings in der Pflege? Also Langzeitbereich, ambulante Pflege, wie schätzt du das so ein oder wie ist da so die Rückmeldung? Also ich habe auch aus dem Bereich viele Anfragen gehabt, stationäres Wohnen im Alter, also Senioreneinrichtung. Und die sagen, können wir das auch machen? Ich glaube ja. Also es ist natürlich ein etwas anderer Personalschlüssel und es ist nicht refinanziert, so wie im Krankenhaus. Man muss den Menschen, die da wohnen, dann erklären, warum es jetzt teurer wird, hier zu wohnen. Ja, weil es schöner ist, hier zu wohnen, weil mehr Personal da ist. Das sind alles Effekte, die muss man dann auch heben oder die muss man sich ins Netz holen. Das Modell an sich, die Arbeitszeit auf weniger Tage zu verteilen, das ist ein ganz klassisches Modell, eins der vielen in der Viertagewoche. Man könnte auch sagen, von 40 Stunden auf 32, 4 mal 8 statt 5 mal 8 ist auch Viertagewoche. Aber das Volumenmodell ist ja das, was wir machen, zu sagen, nein, wir bleiben bei den Vollzeitstunden und verteilen die Arbeit auf weniger Tage. Das ist ja auch möglich. Man könnte auch eine 40-Stunden-Woche auf 4 mal 10 Stunden machen. Wo das dann kippt und wo das funktioniert, in welcher Branche oder in welcher Einrichtung, das muss man ausprobieren. Also hier in der Nachbarschaft, ein Autohändler, der hat das auch gemacht. Mit dem habe ich auf einem Diskussionsforum gesessen. Er hat gesagt, das funktioniert bei uns, ja. Da haben wir uns ausgetauscht, wie macht ihr das, wie macht ihr das. Das ist toll, das macht Spaß, da auch dann mit Leuten, die Arbeitszeitmodelle irgendwie neu erfinden, dann auch ins Gespräch zu kommen. Ob sich das jeder Träger traut oder jede Einrichtung traut, das weiß ich nicht. Das muss vielleicht auch von innen kommen, dass Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, sagen, hey, guck mal, Bielefeld, die machen das, können wir das nicht auch? Bin auch gespannt auf den Kollegen in Ostdeutschland, der das in dem Roten Kreuz Pflegeteam ja auch gemacht hat. Das kann man auch googeln, DRK-Pflegeteam, die machen das auch seit dem 1.1., glaube ich, in der Viertagewoche. Die haben aber den Vertrag geändert, den Tarifvertrag geändert. Das können wir nicht oder wollen wir auch nicht. Das ist ein toller Tarifvertrag, der ist fair und transparent, löst viel aus, kann man gutes Geld verdienen. Finde ich im Moment sehr fair, auch für alle Kolleginnen und Kollegen. Und da wollen wir drin bleiben. Und ob das in einem Haustarif, in einer kleinen Pflegeeinrichtung passt oder im mobilen Pflegedienst passt, das muss man alles sehr im Detail genau schauen. Ich war in Euten, das ist bei Bremen, da hat mich die Bürgermeisterin eingeladen, hat gesagt, ja, können Sie mal erzählen, wie Sie das machen, da vier Tage wochen. Da saßen irgendwie acht Einrichtungen, alles inhabergeführte stationäre Wohneinrichtungen für alte Menschen. Ja, Hof so und so, Hof so und so, Hof Söhnle, Hof Meier. Und in der dritten Generation war das der Pflegedirektor da, weil das war der Enkel von dem Opa, der den Hof damals gegründet hat, wo die alten Menschen eingezogen wurden. Völlig irre. Ja, total super. Und da habe ich gedacht, ihr habt nur eine Chance hier. Entweder ihr macht es alle oder einer nimmt euch alles weg. Also wenn der größte Träger am Standort sagt, wir machen jetzt vier Tage woche, dann nimmt euch das ganze Personal weg und dann ist es vorbei. Wenn ihr aber sagt, Euten stellt um auf vier Tage woche, komplett das ganze Dorf. Ich habe heute der Bürgermeisterin geschrieben, ich will wissen, wie geht es weiter, was ist da los? Er hat noch nicht geantwortet, mal gucken. Vielleicht hört sich ja den Podcast oder so und sagt, hey, was erzählen Sie da, machen wir doch gar nicht. Mal gucken, was daraus wird. Also super spannend. Ja, total. Also was ich halt auch so mitnehme von dem, was du jetzt gesagt hast, ist, dass es auch einfach wichtig ist, als Pflegedienstleitung nicht wie so ein Mähdrescher über das ganze Haus einmal zu fahren und alle zu zwingen, sondern sehr individuell und vor allem das Ganze im Austausch zu machen. Weil wenn man es irgendwie aufzwingt oder so, dann wird man wahrscheinlich auch nicht weit kommen, wenn man irgendwie mit dem Kopf durch die Wand möchte. Es ist ein Angebot und es ist eine Idee. Ich weiß, dass es funktioniert. Ja, so weit bin ich mittlerweile. Und den Mut habe ich auch, das zu sagen. Ich weiß, dass es klappt. Und die Kolleginnen und Kollegen können sich jetzt überlegen, wollen wir das? Es steht zur Verfügung. Probieren wir aus, machen wir. Oder eben, nee, passt mir im Moment nicht oder hat mir gepasst, jetzt nicht mehr. Das ist möglich. Die anderen Dienstkürze sind ja auch vorhanden. Also es ist wirklich, die Stationsleitungen können hier jetzt planen, den Frühdienst oder den Spätdienst oder den langen Frühdienst oder den langen Spätdienst. Die stehen gleichberechtigt nebeneinander. Es macht Sinn, möglichst viele Kolleginnen und Kollegen in diesen neuen Stundendiensten zu haben und möglichst viele Kolleginnen und Kollegen dann auch in diesem neuen Modell zu haben, ohne dass es großartig hin und her mischt. Aber das wissen die Stationsleitungen selber, weil sie müssen ja einen Dienstplan machen. Und wenn sie da Chaos planen, mal so einen Dienst, mal so einen Dienst, dann wird das echt hektisch und funktionieren. Dann hat man ja auch ewig viele Übergaben. Ja, genau. Also da kommen und gehen dann irgendwie, ne? Das habe ich aber auch dargestellt mit so verschobenen Diensten noch. Also der Frühdienst beginnt eine Stunde später, ist neun Stunden lang. Dann gibt es den Spätdienst, der eine Stunde eher ist, trotzdem neun Stunden lang ist. und habe dann so ein Modell gemacht, es muss diese eine halbe Stunde geben, wo alle da sind. Und da drumherum kann man eigentlich alles basteln. Und dann kann es sein, dass nicht alle im Spätdienst den Nachtdienst sehen. Gut, das reicht aber, wenn ein jemand den Nachtdienst sieht. Ja, vielleicht habe ich dann eine Zeit, dann geht der Spätdienst nach Hause und die Tür geht auf, Spätdienst geht, früh die Nachtdienst kommt, aber es ist noch ein jemand im Spätdienst da, der noch eine halbe Stunde bleibt. Da ist total viel Verschiebemöglichkeit drin, total viel Kreativität auch noch möglich. Machen wir im Moment nicht, aber da sind ganz viele verschiedene Arbeitszeitmodelle noch drin. Kurze Dienste, verschobene Dienste, ja, zu Stoßzeiten auch Dienste. Ja, brauche ich wirklich morgens um sechs, vier Leute oder haben wir jetzt ja auch nicht. Also haben wir jetzt ja auch so verschoben, dass wir sagen, es wäre gut, wenn zwei da sind und dann kommen vielleicht noch ein oder zwei etwas später nach. Das ist ja schon bedarfsangepasst. Ja, finde ich sehr gut. Ich glaube, das zeigt auch nochmal, dass man da noch viel, viel Kreativität eigentlich planen kann. Also das nochmal fest. Ja, was ich eben sagte, genau, total kreativ bleiben, weil es ist immer Arbeit da. Ich kann, wenn ich mit einem Dachdecker gesprochen habe, der wollte das auch machen, der sagt, ich kann gar nicht, ich kann nur im Sommer lange arbeiten, im Winter kann ich nur kurz arbeiten, wenn es nicht gefroren ist und nicht regnet. Ja, ich habe den Vorteil, ich habe ein Dach, ich habe Licht, es war immer warm, ich habe immer Kundschaft, es ist alles wunderbar. Ich kann immer Arbeitsleistung abrufen. Das ist ja traumhaft. Ich sage, ja, ich kann immer Leistung bringen, immer, das ist rein technisch gesprochen. Und das kann er eben nicht und deswegen kann er nicht so kreativ die Arbeitszeitmodelle basteln. Er kann, eigentlich ist es, Leute, wenn die Sonne aufgeht und es nicht regnet, dann arbeiten wir. Und wenn die Sonne untergeht, dann hören wir auf mit Arbeit. Ja, okay. Aber dem fehlen natürlich im Winter fast 16 Stunden Arbeitskraft, sage ich jetzt mal. Und im Sommer gehen die Leute kaputt, weil sie von 5 Uhr bis 22 Uhr arbeiten können. Funktioniert ja auch nicht. Also das ist eben der Unterschied und da haben wir echt einen Vorteil. Da beneiden mich auch in den Podiumsdiskussionen andere Berufe drum. Sagt der Bäcker auch, das geht ja. Friseurin sagt auch, ja, das geht. Ich muss es nur den Kunden erklären. Und dann kann ich vielleicht kreativ sein und sagen, okay, dann biete ich halt mal einen Samstagabend an. So als Friseurin im Dorf. So, was soll es denn? Dann kommt doch, buch doch einen Termin. Wir machen das on demand. Da muss man drüber nachdenken. Es ist nicht immer nur noch 9 to 5 oder solche Dinge. Das gibt es nicht mehr. Ja. Und es zeigt ja auch einfach, dass man, naja, in der Pflege ist es mittlerweile so, als Pflegekraft kann man sich eigentlich den Arbeitgeber aussuchen. Und weil einfach so ein krasser Mangel ist und damit kann man vielleicht auch einfach noch Leute wieder in die Pflege holen, weil sie sagen, vorher konnte ich mir das nicht vorstellen. Oder grundsätzlich für das eigene Marketing, um Leute zu binden oder wie auch immer. Das sind ja alles Aspekte, die ja auch noch dazukommen. Ja, klar, ich kann mir, sicherlich kann ich jetzt zu einem anderen Krankenhaus gehen morgens und sagen, kann ich bei euch den Frühdienst machen? Ja, sicher, mit Kusshand. Ja, ja. Egal wo. Dann komme ich, den nächsten Tag gehe ich in ein anderes Krankenhaus und sage, darf ich bei euch den Frühdienst machen? Ja, sicher. Aber natürlich will ich auch, es sind alles Menschen, die in tollen Teams arbeiten wollen und da sich auch irgendwie identifizieren und wiederfinden. Und auch dieses Teamgefühl stärkt es auch. Passt es für dich jetzt 9-Stunden-Dienste? Passt es nicht? Ich habe Verständnis für, ich mache den gerne, lass mich doch den Spätdienst machen. Ich bin sowieso so ein Nachtmensch oder ganz andere Dinge. Toll, dass du von 8 bis 13 Uhr kommst, kriegst du zu Hause alles geregelt und wir haben die Unterstützung da, wo wir sie brauchen. Und auch das ist ja ein Faktor. Das ist nicht, es ist ja nicht gegen die Teams, es ist mit den Teams und die Teams müssen sich entscheiden, dass sie da Bock drauf haben und das wollen. Und das erlebe ich jetzt im Moment oder erleben wir jetzt im Moment, da wo die Teams stabil sind, da wo die Rückmänner heißt, es macht Spaß, es ist eine gute Besetzung da, wenig Krankheitstage. Da, die Teams fangen jetzt an und sagen, wir wollen da mal, was ist das, vier Tage, super, wollen wir mal ausprobieren. Arbeitet ihr mit Leiharbeitskräften zusammen und wenn ja, wie hat das Auswirkungen darauf? Also wir konnten durch die Einstellung jetzt tatsächlich die Leasingkräfte in den Peripherien, konnten wir einstellen, brauchten wir nicht mehr. Und das war Mitte letzten Jahres war das noch so, da haben wir mit einzelnen Honorarkräften in der Pflege auch gearbeitet auf den Normalstationen. Das ist völlig raus, auch durch eben Kolleginnen und Kollegen, die aufgestockt haben, Kolleginnen und Kollegen, die neu hinzugekommen sind. Und auf der Intensivstation ist es noch so, da sind noch Honorarkräfte, das wird aber auch deutlich weniger. Also insgesamt habe ich den Eindruck, vielleicht könnt ihr da mal eine Podcast-Folge zumachen, dass das Personal-Leasing eher zurückgeht. Wir kriegen ganz viele E-Mails, ja, wir haben hier jetzt noch aktuell für diesen Monat, können wir vermitteln, haben wir Fachkräfte da. Ich schreibe dann zurück, vielen Dank, aber es ist nicht mehr so unser Modell, wollen wir eigentlich nicht. Und wir stellen auch Kolleginnen und Kollegen aus den Leasingfirmen jetzt ein. Also die kommen und sagen, hey, wir merken, der Markt verändert sich, ihr seid ein tolles Haus, können wir bei euch starten, bevor die Plätze alle weg sind, sage ich mal. Also da kommt eine Veränderung und gerade für stationäre Einrichtungen im Alterswohnen oder im Wohnbereich, Pflegebereich ist das ja auch ein Riesenproblem. Also die ist überhaupt nicht refinanziert, macht Unmut auch, also da ist ganz viel Veränderung, glaube ich, drin. Tolle, spannende Podcast, wenn ich das nicht sowieso schneide. Ich glaube, wir haben ein gutes Bild irgendwie bekommen. Sind irgendwelche Themen deiner Meinung zu kurz gekommen oder würdest du sagen, so weiß jetzt jeder eigentlich, wie kann er das bei sich im Haus implementieren? Genau, wir haben alles erzählt und alle wissen jetzt Bescheid. Also ja, ich glaube, einen guten Rundumblick haben wir schon mal gegeben wieder, das ist auch ganz gut so, dass die Hörerinnen und Hörer da irgendwie eine Idee von haben. Ich glaube, dass sich, wenn jemand sich überlegt, er möchte das im Haus umsetzen, muss er sich nochmal melden, dann können wir nochmal ein paar Details nochmal tiefer reingehen. Und ganz sicherlich, wenn jemand sagt, ich möchte das eigentlich nicht in meinem Haus umsetzen, sondern ich möchte total gerne im Klinikum Bielefeld arbeiten, dann ist das auch möglich. Also Hashtag Teil des Ganzen oder www.klinikum-bielefeld.de ist nicht rausschneidbar. Nein, wir setzen das auch in die Show-Notes natürlich. Genau, auf unsere Karriereseite, auch da kann man sich direkt für eine Viertagewoche bewerben. Also das ist ja auch möglich, aber ich glaube, wir haben schon ganz schön viel geschafft. Ich finde eine Rechnung immer ganz witzig noch, das ist so die Mobilitätskosten. Es wird ja häufig unter den Tisch gekehrt oder so, wenn ich 15 Kilometer weg wohne von meinem Arbeitsplatz oder hier vom Klinikum Bielefeld und im alten Arbeitszeitmodell 5,25 Mal zur Arbeit gefahren bin in der Woche und im neuen Arbeitszeitmodell nur vier Mal zur Arbeit fahre in der Woche, spare ich im Jahr 650 Euro Mobilitätskosten. Stimmt, das kommt noch dazu, ne? Ja, das kommt dazu. Also wenn ich mit dem Auto komme, die Kolleginnen und Kollegen sparen das dann. Wenn ich sage, ich komme eben mit dem Fahrrad, 15 Kilometer kann ich auch mit dem Fahrrad machen, weil das auch echt hart ist, glaube ich, nach dem Spätdienst 22.30 Uhr im Winter dann noch mit dem Fahrrad nach Hause. Boah, was ist denn schlecht? Ja, das sind die Harten dann. Wir müssen mal gucken, ob wir den finden, ob wir den haben hier in den Teams. Aber sonst, wie gesagt, wenn ich mit dem Auto komme, dann spare ich eben tatsächlich ADAC, Mobilitätskostenrechner, habe ich das mal eingegeben, spare ich eben genau diesen Wert. Und andere Dinge, ja, das finde ich spannend. Und wir haben Kolleginnen und Kollegen, die 50 Kilometer anreisen und die extra gesagt haben, dann reise ich eben nach Bielefeld anstatt nach Hannover. Liegt genau von Mitte, mein Wohnort liegt genau von Mitte, aber in Hannover muss ich fünfeinhalb Tage arbeiten, in Bielefeld brauche ich vier Tage arbeiten. Das möchte ich mich gar nicht ausrechnen, das ist ja dreimal, dreieinhalbmal so viel. Dreimal, dreimal, dreißig, dreißig, ja, irgendwas, sowas. Jetzt kein Mathematiker. Ja, ja. Ich spare fast 2000 Euro im Jahr, Mobilitätskosten. Ja, das ist, also das ist ein Aspekt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also es ist auf jeden Fall ein Argument. Ja. Insgesamt steht sowieso mehr Arbeitszeit zur Verfügung. Das ist ja auch ein Aspekt, auch ein Rechenmodell. Es ist auch einmal weniger umziehen. Es ist auch einmal weniger einen Kaffee nehmen. Es ist auch, die Arbeitskraft im Unternehmen, im Klinikum steht ja effektiv mehr zur Verfügung. Ja, weil sich die Kolleginnen und Kollegen zweimal fünf Minuten weniger umziehen. Weil, ne, zweimal vielleicht weniger vom Urlaub erzählen. Also es ist alles wichtig, total, total, möchte ich gar nicht. Ja, aber es ist wichtig und richtig, muss auch sein. Aber, ne, ich gehe vielleicht dreimal pro Schicht auf Toilette. An den Tagen, wo ich zu Hause bin, gehe ich da nicht in der Arbeitszeit auf Toilette. Das sind alles so Rechen-Dinge, die muss man alle mit einrechnen, wenn man da ganz scharf wissenschaftlich dran geht. Wollen wir nicht, machen wir nicht. Aber wenn ich Kritiker habe, so aus dem Personalbereich, dann kriegen die immer so diese Details. Und dann gehen die auch langsam verständlich. Die Kosten für die Klospülung und für das Klopapier, kannst du alles. Ja, genau. Das sind diese berühmten E-Darkosten. Das haben wir im Studium alle gelernt. Bloß nicht auf die E-Darkosten reinfallen. Fritteuse habe ich sowieso, Schnitzel verkaufe ich für vier Euro. Nee, hast du eigentlich nicht. So, genau. Das ist super spannend. Ja, Henrik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir werden das alles in die Shownotes packen und auch deine Kontaktdaten. Und ansonsten freuen wir uns, dass wir Einblicke bekommen haben. Wenn die Hörenden jetzt ein Feedback abgeben wollen, dann gerne über unsere Homepage oder die Social-Media-Kanäle. Und ansonsten, danke an euch und vielen Dank auch an dich, Henrik. Ja, sehr gerne. Vielleicht, wenn du im Jahr nochmal lassen wirst oder so, oder wie es weitergegangen ist. Ich stehe bereit. Machen wir. Bis dann. Bis dann. Bis dahin. Ciao. Ciao, 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 ciao.